Hey Leute, willkommen zurück zu Metro Last Light. Das letzte Mal haben wir vom Schicksal dieser armen Menschen hier erfahren. Sie fliehen nämlich vor dem Krieg. Vor dem Krieg der Roten und der Faschisten. Aber das Schlimmste an der Sache ist vielleicht, dass sie in all ihrem Elend jetzt auch noch Probleme mit Banditen haben. Da wollen wir uns mal drum kümmern, aber erstmal stopfe ich dem mal das Mundwerk. Jaja, ist ja gut. Der schweilt mich hier die ganze Zeit zu. Ich will mal schauen, was ich dann upgraden kann. Ähm, Schrotflinte, ein längerer Lauf. 67 Patronen. Die Streuung wird verringert. Das ist doch nett, das nehme ich mal. Ja, ich werde mal ein bisschen einkaufen. Ich habe so viele Patronen. Da kann ich mir das leisten. So. Ja, nicht eintauschen. Die Pistole. Warum sieht das so komisch aus? Ach jetzt. Das ist die Frage. Ein längerer Lauf? Oder lasse ich den Schally? Ich lasse den Schally mal drauf. Die Schulterstütze habe ich ja schon. Warte mal, eintauschen. Gegen eine Kalash. Gegen einen Taumler. Den habe ich ja. Oder eine Lowlife. Eine hübsche Schnellfeuerwaffe für mittlere Entfernungen. Jaja, ist ja gut. So, ich hole mir hier noch das Luftdichtventil. Das heißt, ich kann meine Waffe noch ein bisschen mehr aufpumpen. Das heißt, da es ja ein Luftdruckgewehr ist. Kann ich hier noch wunderbar ein paar da draufdrücken. Und schon wackelt ganz lustig die Anzeige. Aber das ist gut, denn so haben wir Maximaldruck und machen den größtmöglichen Schaden damit. Ah, hier gibt es noch Muni. Aber ich bin ja ein Investitionsspezialist. Und deswegen verkaufe ich und kaufe mir nichts. Ach komm. Ich brauche den ganzen Schranz eigentlich gar nicht. So, das mache ich mal. Da verkaufe ich mal ein paar. Da verkaufe ich ein paar. Ich habe so viel Kram da. Oh, Schlafschützengewehrmunition. 7,62er mal 54 Millimeter. Ach ja, ja. So. Diese Typen kaufen wir auch. Habe ich mittlerweile Nachtsicht? Immer noch nicht. Ja, ich habe nämlich so die Vermutung, dass ich hier auch wieder ein Nachtsichtgerät kaufen werde. Oder können, tun, hätten, sollte. Aha. Bin ich da richtig? Lieber nochmal checken. Ja, sieht so aus. Na? Muss ja gedrückt halten. Oh. Oh, der sieht auch wieder übel aus. Total verschmurgelt. Und da kriege ich schon wieder eine ganze Menge nach. Seht ihr? Das meine ich. Man muss hier gar nicht sparsam sein. Beziehungsweise ich nutze ja eh keine Munition. Von daher ist das schon ganz gut so. Also, einfach alles ausschalten. Oh oh. Alles meins. Oh oh. Genug gejammert. Es kommt niemand. Alter Kumpel. Du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Wenn ich das schon mitkriege. Gewalt gegen Frauen, Freunde. Das gibt's hier gar nicht. Da gibt's direkt ADS. Auf die Schnauze. Gut für uns, was? Ja, kannst du nimmst. Hier, du Sau. Nee. Also, bei zwei Dingen werde ich wirklich stinkig. Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegen Frauen. Ach, die Arme. Oh oh. Da ist noch jemand. Was dauert denn da so lange beim Vergewaltigen, ne? Oh, warte nur. Was ist das? Schieb, Auge. Wo zum Teufel seid ihr? Hätte ich keine Prinzipien, von wegen nicht töten. Oh oh. Fertig. Wollt ihr mich verraschen, oder was? Hey! Dann will ich dir sowas von einer Kugel in den Kopf verpassen. Das glaubt ihr gar nicht. Warte nur, Freund. Oh oh. Du dumme Sau. So. Ich hoffe, es hat dir schön die Nase gebrochen. So, ich will mal sehen, ob ich der Frau nicht irgendwie helfen kann. Alles gut. Oh, sie weint die ganze Zeit. Du dumme Sau. Naja. Ich kann wohl nichts tun für sie. Ich hoffe nur, sie kommt zur Besinnung und flieht ganz schnell vorne zu den anderen hin. Weil sonst wachen die Typen ja wieder auf. Wobei. Ich glaub, da wo Artyom hinlangt, da wacht so schnell nichts mehr auf. Ich würde auch die Waffen einfach nehmen und irgendwo hier in die Ecke pfeffern. Das ist die Mistgeile, die gar nicht mehr wiederfinden. Schön. Ja, das meine ich. Seht ihr, man kriegt hier so viel Zeug. Oh, seht's euch an. Leute, alleine dieses Bild hier, das möchte ich mir auf den Desktop pinnen und für immer als Desktop-Hintergrund haben. Es sieht einfach nur gut aus, dieses Lichtst... Ja, Lichtstimmung. Oh, oh. Ja, ja, ich hab's mir schon gedacht. Noch mehr Banditen. Was zum Teufel machst du da so lange? Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Könnte sein, dass wir ein paar Patronen oder so übersehen haben. Das bewegt deinen Friedherren. Wir haben jetzt wirklich schon wieder mit uns aufhören. Lass mal die Menschen hier in Ruhe. Denen geht's schon schlecht genug. Warum mach ich denn das Licht an? Das wollte ich gar nicht. Oh, oh. Ich wollte eigentlich das hier. Guck mal, das kriegen die gar nicht mit, die Idioten. Na, alles gut. Oh, nö, 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 nö. Heldepass hat gesagt, wir sollen die Nutzen und Kinder mitnehmen und die Männer umlegen. Du hast meinen Freund gehört. Die Huren bleiben am Leben und die Männer sterben. Und was bist du? Ich bin ein Mann, du Hurensohn. Also, dann mal los. Oh, was ist die? Verdammt, bist du auch ein Mann oder eine Hure? Ich, ich, bitte teute mich nicht. Ich, ich, ich. Mann, oder eine Hure? Wohl zu viele Pilze. Hu, Hure! Was ist die Huse runter? Ich will meine neue Hure ausprobieren. Boah. Okay, mit etwas Übung können wir deinen Arsch vielleicht vermieten. Fürs Erste bleibst du am Leben. Wer ist da, verdammt, was? Gar niemand. Ah, ich häng. Oh, diese Drecksäcke. Okay, jetzt geht's hier auch noch um Vergewaltigung. Ja, schon wieder, meine ich. Aber diesmal an Männern, das ist auch nicht besser. Ja, ja, war ein Geist. Ne? Hier ist dein Geist, du Arsch. Bamms! Hahaha. Schön knacken muss es hier bei dir auch. Komm her, du Saugesicht. Ja. Habe ich richtig geraten, Saugesicht. Still, pssst. Sie sind noch hier, irgendwo. Oh, da sitzt ja einer. Ja, ich mach dich los, komm. Geht das nicht? Kann ich dich befreien, Kumpel? Vorsicht! Sie könnten dich sehen. Ja, ich glaube, ich muss die anderen beiden noch abstellen. Ja, ich stelle euch mal ab, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt, ihr Dreckschweine. Also, ne, das ist fast noch schlimmer als das, was die Faschisten machen und die Roten. Sich hier noch schön am Elend der Leute bereichern. Das ist natürlich wunderbar. Kommt denen wahrscheinlich super gelegen. Absolut auf die Schwachen, ne? Aber weißt du, was? Atiom ist kein Schwacher. Hau dir mal richtig eins auf die Fresse. Hey, wer ist da? Ja. Ist das der Tunnel-Ninja? Der dir gleich aufs Maul haut. Ich möchte dich ungeinntöten, also dreh dich rum und lass es einfach geschehen. Nein. Woll nur zu viele Pilze. Ja, ja, zu viele Pilze. Ich bin da Psilocybin genascht da, bitteschön. Kannst du Zähnen naschen gehen, deine eigenen. Oh Gott. Was? Ach, der hat eine Lampe am Kopf. Armes Schwein. Aber wie schon gesagt, im Endeffekt... Ach ja, jetzt kann ich ihn befreien. Im Endeffekt haben sie es hinter sich, oder? Das ganze Elend. Ja, ich komme ja schon. Alles gut, Kumpel. Danke. Danke, Mann. Ich dachte... Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Was? Das ist ja nett. Was? Durchfahren? Kann ich etwa weiter Autofahren? Dann passt die Technik-Tunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Wie gut ist das denn, Leute? Ich möchte glauben. So ein ähnliches Poster hat Fox Molder mit einem UFO in seinem Büro hängen gehabt bei Akte X. Äh, die Latrine. Geht, geht. Oh Mann. Wie der schon aussieht. Total aufgequollen. Metro 2035.com Ach, seht mal. Der Nachfolgeroman. Jaja. Kein Stress, Kumpel. Wie geil ist das denn, Leute? Oh, das Buch. Das muss ich unbedingt lesen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. So. Ist das optional mit dem Auto oder muss ich damit fahren? Ich denke mal, ich muss damit fahren, wenn ich hier weiterkommen will. So, ihr Schweinenasen. Hoffentlich wacht ihr nicht so schnell auf. Die arme Frau. Ich sag's euch. Ihr werdet mit mir nicht gut Freund werden. Kann ich denn nicht die Medi-Packs noch verkaufen? Das wäre jetzt super, weil davon liegen eh viel zu viele rum, finde ich. Ich brauch die nie. So, Freunde. Ich geh nochmal ganz kurz shoppen. Und zwar, wo ist mein Zeiger? Da. Ach komm, die kann ich fast alle verkaufen. Das ist so super. Ich krieg immer viel zu viel von dem Kram zurück. Ich schieß doch nie mehr so viel. Das ganze Spiel nicht. Ach, schön. So. Ah, Platz da vorne. Hier kommt der Speed Racer. Das Ding, dass das überhaupt noch fahren kann, das wundert mich so ein bisschen. Und Turbo hat's auch noch. Sogar der funktioniert. Aber das Licht flackert ganz schön. Na gut, das ist jetzt meins, aber... Nö. Dass das Ding noch fährt, das ist ein Wunder der Technik. So, ihr habt mir auch gesagt, ich kann auf diese Schilder schießen, die eben die Gleise umstellen. Aber ich mein, das ist jetzt unnötig. Aktuell. So, ich werde dort zu allem hier das Ding nochmal parken. Ich wollte es mir nur schnell mitholen. Weil jetzt geht's wieder auf Leisetreter. Oh, oh. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich muss da durchfahren, Leute. Da ist es ziemlich verstrahlt. Ihr habt eben mein Geigerzähler ticken gehört. Das ist nicht gut. Dieser grüne Nebel, das ist schon so ein Indikator dafür, dass es hier tödlich wird. Ja, ja. Ich kann's hören. Ich lass das Licht trotzdem aus. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Ich hör das Schweine. Glaube ich zumindest. Ich schau mal nach. Ja, ja, schau mal nach. Wenn dir hier dein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay. Hier, die gehen dein Scheiß. Ah, meine Gasmaske. Genau, die war schon recht kaputt. Kommen die denn hier? Ja, das heißt Licht. Na komm, kleiner, komm, komm, komm. Das ist furchtbar, ne? Trau dich jetzt. Ah, ich hab's nur halb gedacht, dass du hier langkommst. Na komm. Mein Freund. Für euch gibt's heute keine Vergewaltigungsopfer mehr, hier Dreckssäcke. Ich hoffe, er geht auch vorbei und kommt nicht hier rein. Na? Bam! Ah, du dumme Sau. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen ausfallen werde, aber ich muss mich mal wieder ein bisschen ausleben an diesen Dreckssäcken. Da ich ja immer so, oh. Oh, zurückhaltend bin. Erster Entwurf. So, so. Ich erinnere mich, wie Pavel im Gefangenenlager der Faschisten sagte. Man kann nicht jeden retten. Du musst dich für das geringere Übel entscheiden. Wahrscheinlich hat er recht. Aber ein Gedanke sagte, nagte seitdem an mir. Wir sind alle verdammte Helden, die die Menschheit retten wollen. Die Faschisten bringen jeden um, egal wie geringfügig er auch mutiert ist. Die Kommunisten wollen alle in einem gemeinsamen Staat einfärchen und so den Frieden in der Metro herstellen. Und ich habe, um die Menschheit zu retten, ein komplettes, neues, empfindungsfähiges Volk ausgelöscht. Wir reden von Rettung, während wir töten, töten, töten. Und das war schon immer die Art der Menschheit. Ja, in der Tat. Ach, sieh mal. Da lag sogar noch was im Eimer. Da fasst du rein, Artyom. Aber die haben wenigstens eine gute Lektüre hier beisammen. Oh, sieh mal. Möchtest du irgendwie reinklettern? Nö. Bäh. Bäh. Ich werde ja gar nicht wissen, wer hier schon drauf war. Wahrscheinlich die ganze Metro. Bäh. Aha. Ach, heute sticht die Scheiße, die du machst, gar nicht mehr so sehr. Noch ein paar Jahre und sie ist vielleicht sogar essbar. Warum ist die alle scheiße? Frage ich mich mal so ganz spontan. Scheiße, verdammt. Na? Scheiße, verdammt. Bamm. Weil, wisst ihr eigentlich, dass sie gleich eins auf die Schnauze kriegen? Weil ich ihn auf die Schulter fasse, oder was? Die sagen immer schon vorher, Gott, verdammt. Oh, oh. Ich muss gerade mal überlegen, die ist eigentlich besser als meine, weil... Ja, gut. Die hat halt jetzt einen langen Lauf und keinen Schalldämpfer, aber... an sich. Oh, oh. Oh, oh. Gar nicht gut. Also, war das ein verdammter Geist, oder was? Ja, war's. Ein Geist namens Atiom. Sag mal, kann ich dir nicht wegziehen dort, diesen Drecksack, der da liegt? Hast du dich umgedreht, mein Freund? Irgendjemand hat sich hier bewegt. Ja, ich. Alter Schwede. Sag mal, du bist echt blind, kann das sein? Ich stehe direkt vor ihm. Hätte er mich jetzt angeleuchtet, dann hätte er mich wahrscheinlich gesehen, aber so ist er irgendwie ein bisschen beschränkt. Oh, oh. Sag mal, ihr seid echt nicht ganz sauber, oder? Ein bisschen blöd. Blöd und blind. Ja, ja. Geh doch jetzt mal weiter. Ja, ja. Dann sehen, komm ich da, aber nicht. Das wird schwer. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Da waren ja noch mehrere Gänge. Wie die Ratten in den Tunneln hausen, die hier. Ist da noch was? Für den Jacken eventuell? Nein? Okay. Dann halt mal von dieser Seite. Aber daneben ist auch noch so viel. Oh, Leute. Ich werd mich hier noch genau umschauen, glaub ich. Oh. Hey, was zum Teufel war das? Da ist gar nichts. Ein Geist. Der Geist der Mildroh. Das war Kahn, der kennt sich damit aus. Also Feuer mag ich ja gar nicht, weil das kann ich nicht so einfach auspusten. Ich hab's gemerkt, da war Licht. Ich könnte ja auch einfach mit Karaho durchbrettern, oder? Wenn ich darauf Lust hätte. Krieg ich den von der Seite und dass er mich sieht? Ist jetzt die Frage, nicht wahr? Hallo? Bam! Ja, ja, so geht's. Boost. Hm, das Ding hat jetzt einen Schalldämpfer, aber das ist ein Colt. Den mag ich nicht. Da liegt ja einer. Hi. Ich muss gar nicht aufstehen. Ah, das ist so gut. Aufwecken und gleich eins aufs Maul geben. So sieht's aus, Freunde. Ist da noch einer? Oh, da ist noch einer. Hi. Nein, da ist niemand. Leg dich wieder hin, Mensch. Hi. Ich muss mit den Pilzen mal kürzer treten. Ja, 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 ja. Das kann ich jedem empfehlen. Übertreibt's mal nicht. Denn die Pilze machen euch nur paranoid. Ja, das machen sie. Das machen sie. Guck mal, der sieht mich gar nicht. Wie da eben runtergeglitten ist. Total lustig. So, jetzt hab ich aber alle. Alle in diesem Waggon zumindest. Waggons. Mehrzahl. Ist ja nicht nur einer scheinbar. Schönes Ding, schönes Ding. So, mal pumpen wieder. Und alles gut. Er schnarcht ja noch. Na gut. Was soll er sonst machen, wenn er ohnmächtig ist? Eigentlich schon ganz logisch, oder? Oh, da steht ja einer. Hahaha, hallo. Also mal ganz ehrlich, wenn die Typen nicht so beschränkt, oh oh, nicht nur was ihre Intelligenz angeht, sondern auch von ihrem Sichtradius, dann wäre das hier alles gar nicht so leicht. So, warte, komm ich da irgendwie rein? Vielleicht kann ich da von außen, vom Fenster irgendwie eine batschen? Nee, nee, das geht nicht. Die Lampe kann ich ja auch nicht ausmachen. Schade. Naja, dann musst du halt mal bewusst sein bleiben. Du kannst ja gerne mal gucken, was die anderen machen, wenn die dann, wenn ich hier durch bin. Sage mal. Oh, fantastisch. Das Tor ist zu. Also muss ich da irgendwie durch? Ich möchte aber nicht schießen. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle, ich mache nochmal eine kleine Pause. Ich werde mich hier noch nächstes Mal dann weiter umsehen. Lasst mir doch gerne was da. Ein bisschen Kritik, Bewertungen, Kommentare. Ist ja irgendwie alles dasselbe. Und, äh, ja. Ich freue mich schon drauf, wenn es wieder heißt Metro Last Light.